Hallo zusammen aus Bangkok und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Discover Thailand. Im heutigen Video nehme ich dich mit zu meinem neuen Lieblingsrestaurant in Bangkok. Ich bin unterwegs in Silom und hier hinter mir verläuft die BTS-Linie. Das heißt, wir können das relativ leicht erreichen über die Station Saladeng. Und dann müsst ihr hier zu dieser Straße hinlaufen, zu Silom-Soi Nummer 3. Und einmal hier rechts abbiegen. Ist auch ganz leicht zu finden, denn hier ist das Headquarter der Bangkok Bank. Und ihr müsst dann einmal die Straße hier runterlaufen, ein kleines Stückchen. Und ich gebe euch dann gleich nochmal ein Update, wo ihr dann erneut abbiegen müsst. Ja, und wenn ihr die Silom-Soi Nummer 3 etwa 150 Meter runterläuft, dann fangen hier langsam so die ersten Stände an. Denn wir gehen zu einem kleinen lokalen Markt, der sich überwiegend an die ganzen Büroangestellten richtet. Denn rundherum sind ganz, ganz viele Offices. Das heißt, gerade zur Mittagspause ist hier dann Hochbetrieb. Und schaut mal hier drüben auf der anderen Seite ist auch noch ein 7-Eleven. Also das ist wirklich leicht zu finden, denn wir sind auch schon fast da oder zumindest am Marktanfang. Das Restaurant selbst ist ziemlich versteckt. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, euch den kompletten Weg zu zeigen, da ihr sonst garantiert dran vorbeilaufen werdet. Aber es lohnt sich hier auch, einfach mal so vorbeizukommen. Jetzt gar nicht mal für dieses eine Restaurant, sondern es gibt einfach ganz, ganz viele verschiedene Essensstände. Hier werden zum Beispiel gerade Donuts frisch frittiert. Und jetzt ist es kurz vor zwölf. Das heißt, wahrscheinlich ist gerade noch die Ruhe vor dem großen Sturm. Obwohl hier schon ja die ersten etwas längeren Schlangen anfangen. Das heißt, das sind die Leute, die die großen Massen zur Mittagszeit vermeiden wollen. Und dieser Markt hier findet ja immer nur von Montag bis Freitag statt. Fängt, ich weiß gar nicht genau, wann er anfängt. Ich glaube so grob gegen 10 Uhr oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, dass sich die Büroangestellten vielleicht auch schon in der Früh was kaufen können. Und dann geht das Ganze ja etwa so grob bis 2 Uhr, 3 Uhr. Spätestens danach ist dann alles ausverkauft. Und jetzt schaut mal hier, da gibt es auch immer unterwegs so kleinere Foodcourts. Hier ist zum Beispiel auch so eine Mini-Halle, wo man sich dann schön hinsetzen kann. Und sonst läuft man hier einfach die Gasse runter. Links und rechts gibt es diverse Stände. Also entweder Essen, aber es gibt auch, ja, zum Beispiel hier, guckt mal, Schuhe. Hier drüben werden keinem Jeans und Nudeln verkauft. Also es ist so ein bisschen so eine Marktgasse für alles. Erinnert auch ein wenig, ja, vielleicht an den Sampang-Market in Chinatown. Da kann man ja auch gefühlt alles kaufen. Also man kann sich hier irgendwie Taschen kaufen, Regenschirme ganz beliebt. Wobei jetzt ist ja die Regenzeit vorbei. T-Shirts, Kleidung, also alles, was man mal so spontan in der Mittagspause braucht oder auch nicht. Aber wir sind ja zum Essen hier und jetzt sind wir schon fast da. Also dieses Schild da oben, das müsst ihr euch schon mal merken. Denn wir müssen hier hin. Da oben, das ist der Name vom Restaurant, alles auf Thai. Hier ist auch noch so ein unscheinbares Schild, was drauf hindeutet. Und dann geht es hier zur Tür rein. Und man würde denken, ja, hier geht es zur Toilette. Geht es in dem Fall auch. Aber man kann hier noch die Treppe hochlaufen. Und das ist wirklich, ja, super versteckt. Also wenn man das nicht wüsste, dass hier oben Restaurant ist, würde man garantiert dran vorbeilaufen. Und jetzt guckt mal her. Da ist schon ein ganz guter Betrieb hier oben. Und hier ist dann die Küche, wo fröhlich geköchelt wird. Und das ist wirklich ein super Restaurant. Ich werde euch auch gleich mal die Speisekarte zeigen. Es gibt hier relativ viel Seafood, aber auch Crispy Pork und, und, und. Hier ist jetzt ein kleiner Blick auf die Speisekarte. Das ist alles auf Thai. Also ihr müsst entweder jemanden mitbringen, der Thai spricht. Oder sonst ein bisschen nach den Bildern gehen. Man sieht vielleicht schon ganz gut, es gibt relativ viel Seafood hier. Also zum Beispiel, das ist auch ganz cool. Das sind so Mantis-Schrimp. Relativ schwierig zu finden hier in Bangkok. Zumindest in dieser Qualität hier. Aber natürlich auch ganz normale Schrimps. Hier oben noch Krabbenfleisch und, und, und. Aber ich glaube, ich werde mir heute das hier bestellen. Das ist so eine Art Pat Krapau mit Crispy Pork. Und dazu gibt es dann noch ein schönes Omelette. Jetzt schaut euch mal diese schöne, fette, große Portion an. Hat 100 Thai-Blood gekostet. Also ist vielleicht ein bisschen mehr als dieses typische Sweet-Food-Essen. Ist aber auch wirklich eine richtig fette Portion. Die Qualität ist auch gut. Und ich habe auch gerade schon so kleine Stückchen hier schnappuliert, um es einmal zu probieren. Aber guckt euch das mal an. Und dann diese ganzen Krapau-Blätter. Dazu noch dieses etwas leicht softe Omelette, wo das Eigelb halb rausläuft. Und das jetzt mal alles in einem Bissen. Mhh. Also das ist echt richtig gut. Man hat in diesem typischen Krapau-Geschmack, also von den Krapau-Blättern, dazu noch den Knoblauch, die Chilis. Und mein Highlight, dieses Omelette hier, was noch richtig schön soft ist, wo das Eigelb rausläuft. Also das müsst ihr unbedingt probieren. Ihr könnt das Ganze auch mit Seafood machen. Also Seafood ist hier auch top. Aber ich hatte heute irgendwie Lust auf Crispy Pork. Und ich würde sagen, ich schnappuliere jetzt mein Mittagessen hier. Und dann sehen wir uns gleich draußen nochmal. Denn dort gibt es noch eine weitere Sache, die ich euch zeigen möchte. Ja, das war jetzt echt ein super Mittagessen. Hier hinten nochmal der Eingang, dieses grüne Schild hier. Bisschen schwierig zu finden. Aber ich glaube, wenn ihr den Anweisungen im Video folgt, sollte das klappen. Und ich entschuldige mich schon mal ganz kurz an der Stelle für die etwas schlechtere Audioqualität. Denn der Akku vom Funk-Mikrofon ist gerade während dem Essen leer gegangen. Das heißt, ich muss das jetzt hier übers interne Mikrofon machen. Und das ist natürlich etwas schwieriger in einer lauten Umgebung. Ich laufe über den Markt. Es sind viele Geräusche drumherum. Aber an der Stelle auch nochmal die Empfehlung für euch. Wirklich. Kommt hier mal her. Nehmt euch die Zeit. Von Montag bis Freitag hat dieser Markt hier geöffnet. Und es dreht sich so alles grob um die Mittagszeit. Das Gleiche gilt auch für das Restaurant. Also wenn ihr da am Wochenende hingeht, wird das höchstwahrscheinlich geschlossen haben. Oder ich bin mir... Ich glaube, ich habe sogar mal nachgeguckt auf Google Maps. Das hat dann zu. Also ihr müsst auch unter der Woche herkommen. Und von hier aus ziehen wir jetzt noch ein paar Straßen weiter. Denn ganz hier in der Nähe gibt es mal einen Lieblingsfruchtstand. Und der verkauft Cold Breast Juice. Also frisch gepressten Saft. Und das möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Ja, inzwischen bin ich bei der Salah Deng Road angekommen. Das heißt, wenn ihr von der BTS-Station kommt, könnt ihr direkt hier erst hergehen. Und hier ist auch schon der besagte Fruchtstand. Guckt euch das mal an. Hier sieht man schon die ganzen schönen Früchte, die gekühlt werden. Und jetzt kann man sich das individuell zusammenstellen. Sawadee kap. Au, King, Sapporoot, Beetroot, Manau, Nungke auka. Also ich habe mir jetzt hier einmal Ingwer bestellt, zusammen mit Ananas, rote Beete und Limette. Also eine wilde Kombination. Das wird hier jetzt alles schön frisch gepresst. Und dann kriegt man einen riesigen Becher. Also ihr müsst mal gucken, wie viel Ananas die da jetzt schon reingetan hat. Das ist gefühlt eine ganze Ananas, die da reinkommt. Und der Becher, das sind glaube ich 400, 500 Milliliter. Und der kostet dann 45 Talbat. So, guckt euch das mal an. Richtig schön eine rote Farbe von den, ja, rote Beeten. Und ein schön starker Ingwergeschmack. Also das würde ich mir normalerweise immer in der Früh. Ich ändere die Repertatur jedes Mal ein bisschen ab. probiere da viele verschiedene Sachen aus. Aber das Coole ist halt, da ist kein Eis drin, da ist kein Zirkum drin. Das sind wirklich 100% pure Früchte und somit auch pure Vitamine. Und das für gerade mal 45 Talbat. Also das ist eine richtige Vitaminbombe. Ich werde mal gucken, ob ich das Ganze irgendwo auf Google Maps verlinken kann. Es gibt leider keinen direkten Standort. Aber ich werde einfach mal das nächstgelegene in der Videobeschreibung verlinken. Und ich lasse mir jetzt schmecken.